Hallo und herzlich willkommen, hier ist euer Ruvie, heute mal nicht mit der Standard-Anrede, weil es auch keine Standard-Kost ist, die es hier für euch gibt. Ich habe hier ein kleines Bug-Video von mir aus Risen 2 vorbereitet, für alle, die sich jetzt wie bei dem letzten Battlefield-Video fragen, hä, was soll denn das, das ist doch vollkommen nichts sagen, vollkommen sinnlos. Ja, das sag ich euch, aber es ist lustig, was so manchmal passiert, durch Zufall auch noch. Und wenn man das dann zufällig noch aufnimmt, dann ist das eigentlich schon echt ein cooler Moment, den man teilen sollte. Und für, wie gesagt, alle, die das jetzt total sinnlos finden, wie das letzte von meinem Battlefield 3, Wasserspringler des Todes, dann schaltet einfach ab. Ich meine, es muss ja nicht immer dasselbe auf einem Kanal geben, warum nicht mal irgendwas Lustiges, was vielleicht ganz kurz geht, worüber man sich eine Minute lang freut, oder halt auch nicht, und dann ist gut. Und man muss ja nicht immer dieselbe Kost bringen, sondern man kann auch mal was bringen, was jetzt vielleicht nicht so von einem erwartet wird. Das ist ja eben das, was einen aus der Masse heraushebt. Und genau das will ich in Zukunft öfter probieren. Auch mal so kleine Clips, dafür auch ein paar mehr die Woche, die halt einfach lustig sind, wo ich witzige Momente zeige oder sowas. Ich hoffe, euch gefällt meine Idee und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. Entschuldigung nochmal, dass ich euch hier belästigt habe, sozusagen mit dieser Vorrede, aber ich musste das einfach mal rauslassen. Ja. 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 Jetzt kämpfen wir. Jetzt kämpfen wir. Ah! Ah!